Grüß euch! Ich bin der Leo. Heute wieder ein neues Video. Danke, dass ihr euch wieder eingeschaut habt. Ich darf euch heute begrüßen zu meinem ersten World Cup Vlog aus Leogang. Das ist mein erster Heim-World Cup und mein dritter richtiger World Cup. Ich bin schon richtig hyped. Ich werde euch das ganze Wochenende so gut wie es geht mitnehmen. Heute steht Trackwork am Plan und vor Runden schaut es echt schon recht fein aus. Bei der Finish Area werden sie ein bisschen umgewagern, aber da stehen schon die Tribünen. Da hinten auch. Und vor allem mit der Berg hier in Leogang ist das echt geil. Aber ich muss ehrlich sagen, zu meiner Schande, ich bin das erste Mal hier in Leogang. Und ja, also ich kenne die Strecken nicht. Obwohl es jetzt eine Heim-Welker ist, habe ich daher keinen Vorteil. Aber es ist trotzdem richtig geil und ich freue mich jetzt schon auf den Trackwork. Und ja, bei dem Wetter würde ich sagen, starten wir los und wir sehen uns auf der Strecken. Let's go! Kannst du... Ja, es ist nicht mit Beeps. Kannst du... Nein, es ist... Servus, wir sind... Ja, es ist okay, es ist okay. Servus, wir sind Banshee Racing Brigade. Und heute haben wir Trackwork hier mit Leo Freund und Robin Novakny. Die nur zwei Junioren hier. Ich bin nicht so fit. Ich spreche mehr Deutsch, du verstehst nur Deutsch. Alter, Jungs... ****** ****** ****** Ich habe Winterberg. Ich habe Winterberg. Wir müssen also hoch gehen. Okay. Aber hier müssen wir wirklich tief gehen. Ja, ja. Alles in Ordnung. Also Leute, das ist unser Boss Florian. Florian, von Benji Racing Brigade, und ja, er sieht wirklich glücklich, dass wir in der Team sind und ich denke, dass wir ein guter Zeit haben. Perfekt. Es ist so awkward, aber ich mag es. Du willst nicht in diesem Video sein? Aber wir haben nicht. Wir sind in der ganzen Schule. Ach, gut. So, wie geht es? 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 Ich werde es gehen. So, wie geht es? Wir haben hier den Räuber. Wir haben einige Räuber. Wir haben einige Fräume. Ja, hier bin ich hier. Okay. Ja, es sieht komfort aus. Ja, das ist mein Räuber. Okay. Oh Gott. Hier haben wir, wie Sie sehen, Film das. Pay. Robin, ja. Wir brauchen... Wir brauchen... Wir brauchen, um das zu bezahlen. Okay, wie viel wir für das bezahlen? Okay. Wir müssen... Wie heißt das? Spinnt? In Deutsch. Spinnt. Spinnt. Wir haben... Spinnt. Done. Hier ist der Kittchen. Hier ist der Kittchen. So, ich fahre jetzt gerade auf zum ersten Trainingsrun. Wie man sieht, es ist echt regnerisch und es hat glaube ich die ganze Nacht durchgerenkt. Und ja, das wird echt interessant. Ich bin schon gespannt, wie es ist im Wald unten. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir es an. Ja. 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 все, okay. Ja, wirklich gut! 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 Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja!